Herzlich willkommen, Benedikt Kelt von der Redefabrik hier. Als Makler, als Maklerin kommunizieren sie den ganzen Tag. Mit Kunden, mit Leuten aus ihrem Netzwerk, mit ihrem Chef, ihrer Chefin, wer auch immer es sein mag, sie kommunizieren. Und natürlich ist da der Inhalt extrem wichtig. Es wird vorausgesetzt, dass sie kompetent sind. Allerdings ist es auch so, dass die Art und Weise, wie sie etwas sagen, einen enormen Einfluss darauf hat, wie sie auf andere wirken. Und deswegen sollten sie wissen, was die sechs Facetten des Charisma sind. Als Kommunikationstrainer und Gründer der Redefabrik, Deutschlands größter Plattform zum Thema Kommunikationspsychologie und Charisma, habe ich die sechs Facetten effektiver charismatischer Kommunikation herauskristallisiert und werde Ihnen diese bei der MMM dieses Jahr 2021 präsentieren dürfen. Ich freue mich sehr, wenn Sie mit dabei sind bei meinem Vortrag zu den sechs Facetten des Charisma. Liebe Grüße von Benedikt Kelt von der Redefabrik.